Irgendwann kommt man als JavaScript-Entwickler an den Punkt, dass man Input-Felder bauen muss. Und die sind meistens relativ langweilig und vor allem das Löschen oder Validieren von Input-Feldern, naja, beeindruckt niemanden, außer ihr baut diesen Effekt. Wenn ich hier jetzt ein Buchstaben drücke, dann erreichen wir die maximale Länge und die Buchstaben fallen einfach nur so runter. Das geht natürlich auch, wenn ich ganz schnell tippe und das passiert natürlich auch, wenn ich meine Buchstaben wieder lösche. Grundsätzlich handelt es sich dabei um ein einfaches Input-Feld und wie ihr das bauen könnt, seht ihr in diesem Video also, auf geht's! So, dann legen wir mal los mit unserem heutigen Video. Ihr seht hier meinen Standard-Editor-Visual-Studio-Code und hier an der Seite seht ihr Chrome. Alle Dateien, die hier an der Seite sind, ist meine Standard-Entwicklungsumgebung, die findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt also genau hier starten, wo ich auch starte. Ich habe ansonsten nichts vorbereitet und wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit und bauen uns erstmal ein kleines Input-Feld. So, das Erste, was wir natürlich machen müssen, wenn wir ein Input-Feld editieren wollen, ist uns ein Input-Feld erschaffen. In unserem Fall reicht auch Typ Text. Was wir allerdings noch brauchen, ist eine CSS-Klasse. Wir geben hier die Klasse ShortField. Außerdem möchte ich das Ganze mit einer ID noch identifizieren. Das machen wir einfach mit ID Input. Und damit wir das Ganze auch ein bisschen besser validieren können oder diesen Effekt erzeugen, dass ab einer gewissen Länge es runterfällt, brauchen wir noch ein zusätzliches Attribut, nämlich MaxLengths und hier sage ich einfach 19. Das funktioniert natürlich mit jeder Zahl, aber für unseren Fall nehme ich das einfach mal. Außerdem, damit wir nicht immer andauernd was reinschreiben müssen, setze ich hier ein Value. Das sollte bei euch wahrscheinlich nicht der Fall sein. Für uns steht dann halt in dem Input-Feld schon etwas drin. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir auch hier unser Input-Feld. Das ist natürlich nicht fertig, weil wir müssen das Ganze jetzt noch stylen. Angekommen in unserer Style.s CSS können wir jetzt einfach unsere Klasse ShortField benutzen, um zum Beispiel einen Innenabstand, ein sogenanntes Padding zu verwenden. Wir möchten außerdem die Border, die Default beim Input-Feld gesetzt wird, entfernen und ein Border-Radius hinzufügen. Wir sehen jetzt, unser Text ist schon ein bisschen besser sichtbar, aber wir wollen jetzt die Textgröße noch verändern. Das machen wir einfach über Font Size und wir wollen natürlich die Hintergrundfarbe modifizieren. Das machen wir über eine CSS-Variable, CI White und RGBA, sodass wir 10% Deckkraft erzeugen. Jetzt sieht das Ganze schon mal besser aus, allerdings können wir unseren Text nicht mehr lesen. Das machen wir mit Color White, aber rückgängig und jetzt sehen wir unser Text wunderbar. Natürlich sind wir jetzt noch nicht ganz am Ende, weil wenn ich hier reinklicke, kriegen wir so eine hässliche Border, das wollen wir manipulieren. Als erstes sagen wir, unsere Outline bekommt ein Offset, also grundsätzlich wird die sich weiter von unserem Input-Feld entfernen und in dem Moment, wenn wir unser Input-Feld fokussieren, dann wollen wir unsere Outline stylen mit 0.5 RAM, einfach die Weite, Solid und einen Weißton mit 10% Deckkraft. Wenn ich jetzt hier reinklicke, kriegen wir so eine schöne Border, sehen, dass unser Input-Feld ausgewählt wird, ohne dass es hässlich aussieht. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Input-Feld-Erstellung, aber wie können wir jetzt denn anfangen zu berechnen, wann so ein Text drunter fällt und wie sich das allgemein verhalten soll und dafür brauchen wir JavaScript. So, das Erste, was wir erfahren müssen, wenn wir das mit JavaScript bauen wollen, ist, woher bekommen wir unsere Elemente, auf die wir Events triggern möchten. In unserem Fall benutze ich hierfür diese CSS-Klasse ShortField. Was bedeutet das? Ich erzeuge mir in unserem JavaScript eine neue Variable ShortFields und hier kann ich jetzt einfach mit einem kleinen JavaScript-Schnipsel, nämlich document-query-selector-all, alle Klassen selektieren mit einem bestimmten Namen. Zum Beispiel über Punkt sage ich, ich möchte Klassen selektieren und dann ShortField einfach den Namen. Natürlich passiert jetzt noch nichts, was wir nämlich jetzt machen wollen, ist für jedes ShortField einmal durch diesen Array durchgehen, also mit forEach, gehen wir über jedes Feld und was wir jetzt machen wollen, ist ein Event auf unsere einzelnen Felder zu triggern. Und das machen wir über Field, AddEventListenerKey ab und nehmen uns das Event. Innerhalb unseres Events wollen wir jetzt unser Target, also das Input-Feld, was wir benutzen, abgreifen. Das machen wir über Event und dann hier einfach Target. In dem Moment können wir uns das Ganze ja einmal loggen und wenn ich jetzt hier unsere Konsole aufmache und wir uns das ansehen und ich beginne hier was zu schreiben, bekommen wir ein Event ausgegeben. Das ist doch schon mal wunderbar. Aber was ist denn jetzt unser Ziel? Wir brauchen eine Position. Diese Position ist quasi dieses D, das ist das letzte Zeichen, was wir drücken können, wo sich dieses D, was sich hier anzeigt, innerhalb unseres Input-Feldes, in der Referenz unseres gesamten Screens befindet. Also wir brauchen die X- und Y-Position dieses Ds, beziehungsweise auch eines Punktes oder eines Ls oder welches Zeichen da auch immer drinsteht. Davon brauchen wir die X- und Y-Position. Das Ganze ist aber gar nicht so einfach, weil wir befinden uns hier ja innerhalb, wie ihr seht, eines Textfeldes und das ist kein Diff, was wir irgendwie abgreifen können. Deswegen müssen wir ein bisschen hacky werden. Wir brauchen nämlich jetzt ein Canvas-Element, um unsere Textweite zu berechnen, um quasi auch unsere Font und alle möglichen Font-Attribute zu berücksichtigen. Und wie funktioniert das, zeige ich euch jetzt. Das Erste, was wir hier oben nämlich machen, ist, wir erzeugen uns einen Funktionsaufruf auf die Funktion Calc-Position und hier übergeben wir unser Target. Diese Funktion existiert aktuell noch nicht, das sollten wir jetzt ändern und ich füge mir die einfach mal hier unten hinzu. In dem Moment, wenn ich das getan habe und nicht irgendwie Klammern falsch setze, können wir jetzt aus unserem Target als erstes über Client-Rectangle unser X und Y rausziehen. Dieses X und Y beschreibt aber nicht das X und Y, was wir haben wollen, sondern das X und Y von unserem Inputfeld, also hier oben. Im Prinzip, was wir jetzt auch noch brauchen, ist die Weite unseres einzelnen Elementes, also unseres Textes, das wollen wir haben. Hierfür erzeuge ich mir jetzt einen weiteren Funktionsaufruf, nämlich with und dann getTextwithTarget. Diese Funktion existiert aktuell noch nicht, die müssen wir uns ebenfalls erzeugen. Wenn ich die Funktion jetzt hier unten reingeschrieben habe, können wir hingehen und einmal sagen, wir brauchen jetzt einfach ein Pseudo-Element, nämlich ein Canvas. Das ist ein HTML-Element, was ihr benutzen könnt, um 2- oder 3D-Inhalte darzustellen. In unserem Fall wollen wir ein 2D-Inhalt, also Text anzeigen, und können jetzt hingehen, aus unserem Target, was wir an diese Funktion übergeben, können wir jetzt hingehen und ziehen uns die Computed-Style von unserem Target raus, also die ganzen CSS-Attribute, die innerhalb unseres Targets auf den Text beispielsweise wirken. Das bedeutet, wir können uns jetzt unsere Font und so weiter hier rausziehen, nämlich einfach über Font und dann nehmen wir unseren Computed-Style und ziehen hier GetPropertyValue raus, nämlich in unserem Fall von Font. Das wollen wir nämlich machen. Wir wollen jetzt unsere Schrift, unsere Schriftgröße und so weiter haben und können jetzt innerhalb unseres Canvas, beziehungsweise in unseres Kontextes, können wir jetzt unsere Font setzen aus unserem eigenen Inputfeld. Somit hat unser Canvas jetzt dieselbe Font wie unser Inputfeld und wenn wir das verändern, funktioniert auch unsere Berechnung. Das Schöne ist nämlich, innerhalb unseres Canvas-Kontextes, also dem CTX hier, können wir nämlich eine Funktion aufrufen, MeasureText. MeasureText können wir jetzt benutzen, um beispielsweise unseren Target-Value, also den Text, den wir hier drin haben, hier steht ein Text, zu berechnen, wie groß der ist. Allerdings wollen wir nicht den gesamten Text, die Weite, berechnen, sondern wir wollen nur die gesamte Weite berechnen des Textes ohne den letzten Buchstaben, beziehungsweise den letzten Character, der da drin steht. Und das können wir jetzt einfach machen über Slice. Wir nehmen also hier unser Target.Value und sagen Slice und ziehen das letzte Zeichen ab. Egal was das ist, das ziehen wir ab und ziehen uns jetzt einfach aus dieser Funktion die Weite. In dem Moment, wenn ich das abspeichere und hier mal die Weite nehme und hier unten sage Console.Log und jetzt geben wir unsere Textweite einmal aus. Das gucken wir uns jetzt im Inspektor auch einmal an. Und wenn ich jetzt hier die Konsole aufrufe und etwas rauslösche, seht ihr, die Zahl verändert sich, weil diese Zahl die Weite repräsentiert von diesem Text, nicht des Inputfeldes, sondern wirklich nur dieses Textes ohne das Letzte, also quasi nur das. Und damit können wir jetzt die Position bestimmen, wo unser letztes Zeichen ist. Das machen wir aber im nächsten Kapitel. So, das nächste, was wir nämlich machen wollen, ist zusätzlich diese Weite natürlich auch noch berechnen, wie groß dieser Abstand hier ist. Also wir müssen berechnen, wie groß das Padding nach links ist, sowie das Padding von oben, weil das Inputfeld kann ja theoretisch wie bei uns auch ein Padding besitzen. Das können wir ebenfalls über exakt dieselbe Funktionalität machen, nämlich PaddingLeft, PaddingTop, sagen PassInteger, GetComputedStyle von unserem Target und hier ziehen wir uns PaddingLeft und PaddingTop. Damit haben wir diese beiden Werte und können das auch abhaken. Natürlich brauchen wir jetzt unsere wirkliche Berechnung, nämlich einmal ConstXPosition und natürlich dasselbe auch mit Y. Wir haben ja unsere Basis, also wir haben hier unsere X-Position beginn standardmäßig bei der X- und Y-Position unseres Inputfeldes, also als Ausgangspunkt unserer Rechnung gilt dieser Punkt hier oben. Was wir jetzt machen, wir addieren einmal die Weite unseres Textes hier drauf auf unsere Exposition und bewegen uns jetzt von unserem Ausgangspunkt etwas weiter. Außerdem reichen wir noch nicht ganz den letzten Punkt, weil wir müssen auch noch das Padding, nach links hier drauf addieren. Unsere Y-Position ist etwas einfacher, weil wir haben ja hier unser Y und müssen hier einfach nur PaddingTop draufziehen. Was wir jetzt noch machen können, ist das Ganze über CSS Styles direkt an unseren Body zu binden. Das machen wir über Document, Body, Style, Set Property, X-Position, Y-Position und addieren hier unsere Abstände drauf. Wenn wir das jetzt machen, hier mal auf Elements gehen, dann kann ich euch das Ganze auch einmal zeigen. Wenn ich jetzt hier unseren Body auswähle, können wir nämlich nach unten scrollen und haben hier unsere ganzen Variablen, die an unserem Root hängen. Wenn ich jetzt beginne hier zu schreiben, dann fügen wir nämlich hier unsere Style-X-Position und Style-Y-Position hinzu. Und das Ganze seht ihr auch hier oben noch einmal, wo wir unsere Abstände haben. Und wenn ich das jetzt selektieren würde, diese 368, ist quasi genau der Abstand von der linken Seite unseres Browsers bis zu dem Anfang des Ds. Damit haben wir unsere Position berechnet und können jetzt damit starten, ein Element zu erzeugen, was unseren fallenden Buchstaben simuliert. Also los geht's. So, um jetzt unseren letzten Buchstaben zu finden und fallen zu lassen, brauchen wir ein zusätzliches, wichtiges Attribut. Und zwar brauchen wir den Wert unseres Textes. Wir brauchen ja den Text, um den letzten Buchstaben zu ermitteln. Außerdem müssen wir wissen, wann unser letzter Buchstabe erreicht ist. Und das machen wir über MaxLength, PassInteger, Target.GetAttribute und dann MaxLength. Damit ziehen wir uns quasi hier diese 19. In dem Moment, wenn wir das getan haben, können wir jetzt eine Condition erstellen, die dafür sorgt, wann unser Event triggern soll. Weil wir wollen ja nicht bei jedem Key Up etwas triggern, sondern nur beim letzten Element beziehungsweise wenn wir Backspace drücken. Das erste, was wir daher machen ist, wir übergeben an diese Condition eine Funktion, ist Backspace und hier einfach Dollar Event, weil wir wollen als erstes ermitteln, hey, ist unser Event gerade die Lösch-Taste oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann brauchen wir jetzt eine Funktion. Diese Funktion heißt einfach ist Backspace. Guckt, ob der aktuelle Key, den wir gedrückt haben, Backspace ist und ob wir hier eine Selection haben beziehungsweise aktuell keine Selection haben. Weil wenn ich das hier auswähle und lösche, dann wollen wir in diesem Moment unseren Effekt nicht triggern. Wie können wir das denn machen? Ich habe hier schon eine Funktion HasSelection aufgerufen. Diese Funktion brauchen wir natürlich noch und wenn wir die haben, können wir einfach ein Return Value erstellen mit True oder False, nämlich ob unser Window Fenster aktuell eine Selection hat. Das würde aber so nicht funktionieren, weil wir müssen diese Selection zu einem String machen und die Länge berechnen. Wenn das der Fall ist, dann würde das True zurückgeben und Backspace würde False zurückgeben. Also in dem Moment, wenn ich das lösche und dann die Löschtaste drücke, dann würde es nicht triggern. Ganz wichtig, hier müsst ihr wahrscheinlich, wenn ihr das produktiv verwenden möchtet, noch einige Umwege gehen. Hier sind einige bestimmte Custom Keyboard Events jetzt nicht mit abgedeckt, sowas wie die Env-Taste, sowas, wenn ihr beispielsweise hier drin seid und die Löschtaste drückt. Das würde nicht funktionieren mit diesem Effekt. Das ist ohne weiteres nachzurüsten. Allerdings, wenn ich jede Eventualität jetzt in diesem Tutorial abdecken würde, dann würden wir hier zwei Stunden sitzen. Das ist ein bisschen viel. Schreibt das aber gerne mal in die Kommentare, falls ihr wirklich ein voll funktionsfähiges Skript gebaut habt und mein Skript einfach erweitert. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist natürlich neben der Erkennung, ob es eine Selection hat oder einen Backspace hat, müssen wir erfahren, haben wir überhaupt eine Maxlänge erreicht? Das können wir ziemlich einfach abgreifen, weil die Maxlänge haben wir ja schon hier. Und wir haben das Value, deswegen können wir hier oben einfach sagen, oder die Länge hat die Maxlänge erreicht und damit soll auch unser Effekt getriggert werden. Wenn wir das getan haben, können wir hier drin jetzt noch ein bisschen unterscheiden, weil wir brauchen den letzten Wert unseres Elementes als Last Character und wir wollen immer unser Value überarbeiten. Das machen wir jetzt auch über eine zusätzliche Condition. Und zwar sage ich hier, okay, wenn wir nicht Backspace drücken, aber der letzte Wert erreicht ist, dann wollen wir unseren Wert überarbeiten. Und zwar den Last Character wollen wir überschreiben über den aktuellen Wert und nehmen uns hier den letzten Wert. Diese Variable existiert aber aktuell noch nicht. Das sollten wir einmal hinzumachen. Das fügen wir uns einfach hier oben zu als dynamische Variable und können jetzt damit arbeiten. Weil was wir hier drin jetzt machen wollen, ist unseren neuen Wert an unser Formularfeld beinden über Event.Target.Value und in dem Moment beinden wir unseren letzten Wert ohne den letzten Buchstaben an unseren Input. Wenn ich das jetzt mache und beginne zu tippen, haben wir schon, dass immer der letzte Buchstabe rausgelöscht wird. Allerdings fällt noch nichts und das müssen wir jetzt erstellen. So, um jetzt loszulegen, unseren wirklich fallenden Buchstaben zu erzeugen, brauchen wir ganz oben erstmal noch ein Array, weil wir haben eine ganze Reihe von fallenden Buchstaben. Wenn ich jetzt hier schnell tippe, seht ihr ja, wie viele Buchstaben das sind. Das ist nämlich nicht immer nur einer. In dem Moment, wenn wir das getan haben, können wir jetzt aber weitermachen, uns hier unten damit zu beschäftigen. Wie rufen wir das denn alles auf? In dem Moment, wenn unser letzter Buchstabe erkannt wurde, das machen wir ja in dem Moment, wenn wir hier unseren Last Char definieren, haben wir unseren letzten Char und das wollen wir jetzt benutzen, um das Ganze aufzurufen. Also brauchen wir eine Condition, wenn es einen letzten Buchstaben gibt, dann wollen wir etwas machen. In unserem Fall wollen wir dann eine Funktion aufrufen, die uns ein Diff returned mit unserem fallenden Buchstaben, nämlich hier createFallingChar. In dem Moment erstelle ich mir natürlich diese Funktion erstmal, sage ich hier, okay, unsere Funktion createFallingChar wurde erstellt, wo ich unseren letzten Char, also unseren letzten Char, also unseren letzten Char übergebe. Hier drin erzeuge ich mir jetzt eine neue Diffbox. Dieser Diffbox gebe ich einmal eine Klasse, nämlich einfach FallingChar. Dann wollen wir natürlich unseren InnerText modifizieren, indem wir einfach unseren Buchstaben oder Zeichen übergeben und wir wollen das Ganze direkt an unseren Body dran heften. Also in dem Moment erzeugen wir uns auch direkt ein neues Element auf unserem Body. Außerdem möchten wir unseren Diff, den wir gerade erzeugt haben, einmal an unseren Array dran beinden, den wir gerade erzeugt haben, nämlich FallingDiffs. Hier pushen wir einfach unser FallingDiff dagegen und in dem Moment wird diese Funktion unser FallingDiff returnen und wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, passiert ja eigentlich nicht wirklich viel, beziehungsweise wir können das Ganze sogar noch modifizieren, weil das wird sowieso übergeben, indem wir auf unseren FallingChar zugreifen, den wir ja hier oben definiert haben. Wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, haben wir eine Funktion, die uns DiffContainer erschafft. Wenn wir uns hier nochmal den Inspektor zugute führen, sehen wir jetzt hier unseren Body und wenn ich beginne etwas zu tippen, dann wird einmal unsere Position gesetzt, aber gleichzeitig seht ihr hier, wir haben verschiedene Elemente erzeugt, für jeden Buchstaben, wo ich drücke, erzeuge ich mir jetzt neue DiffBoxen. Das Ganze sieht soweit ganz okay aus, allerdings seht ihr hier, das passt noch nicht so richtig zu unserem Layout. Wir müssen also noch einmal zurück in CSS. In CSS können wir jetzt hier unseren FallingCharacter definieren, greifen als erstes mal auf unsere X- und Y-Position zu mit Position Absolute von unserem Body, also unserer definierten Position, von wo unser Buchstabe fallen soll. Außerdem wollen wir natürlich unsere Schriftgröße angleichen, also die Schriftgröße und Schriftfarbe unseres Inputfeldes wollen wir natürlich verwenden und in dem Moment wollen wir als Position Origin natürlich die untere linke Ecke unseres Buchstaben nehmen, also zum Beispiel hier bei dem A, dass das Ganze so runterfallen kann. In dem Moment, wenn wir das getan haben, kann ich das Ganze abspeichern und wir haben jetzt hier ein Buchstaben erzeugt, der hier oben steht und wenn ich das Ganze beginne zu tippen, dann seht ihr, dass das Ganze genau auf dem D erzeugt wird. Also wir erzeugen jede Menge Buchstaben, die direkt auf der richtigen Position liegen. Aber wie können wir das Ganze denn jetzt fallen lassen? Prinzipiell erzeugen wir uns jetzt eine Animation. Diese Animation heißt Animation, Falling dauert 250 Millisekunden und hat Ease In, Ease Out. Diese Falling Animation ist natürlich eine einfache Keyframe Animation in CSS. Wir sagen, unser Ausgangspunkt ist, wir starten bei Translate 0% und animieren das Ganze dann bei 100%, so dass wir 2,7 Rem runterfallen, das Ganze um 80 Grad drehen und so ein bisschen skalieren. Wenn ich das jetzt abspeichere und hier beginne zu tippen, dann sehen wir, dass das Ganze aber noch nicht so richtig funktioniert, weil wir springen danach hier oben wieder hoch. Und das könnten wir jetzt lösen, indem wir unsere Animation auf Forward setzen und unten stehen bleiben. Aber dann würden wir unseren DOM zumüllen mit jedem Mengen Characters. Wir brauchen also eine Methode, unsere Buchstaben wieder zu entfernen und das braucht einfach eine weitere Funktion in JavaScript. Hier erzeugen wir uns jetzt neben unserer Funktion Create Falling Char natürlich auch eine weitere Funktion Clear Falling Char. Diese wird aufgerufen nach genau der Länge, wann genau unsere Animation abgeschlossen ist. 250 Millisekunden also und das müssen wir hier unten auch definieren. Wenn wir das gemacht haben, übergeben wir hier unseren Diff-Container, den wir entfernen wollen und berechnen uns in unserem Array aus fallenden Buchstaben, aus Falling Diffs, einfach den Index unseres aktuellen Elementes und bestimmen das als Index. In dem Moment, wenn das passiert, wollen wir genau dieses Element entfernen. Also wenn wir einen Index gefunden haben, wir haben unsere Diff-Box gefunden, dann wollen wir das Ganze entfernen, einfach über Splice Index, 1, also einen Wert entfernen. Wenn wir das getan haben, wollen wir aber nicht nur aus unserem Array das Ganze entfernen, sondern auch aus unserem DOM und natürlich wollen wir auch unseren wunderbaren Effekt später ausdriggern mit dem Mülleimer, aber dazu kommen wir gleich noch. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert hier aber natürlich nicht wirklich viel, weil wir unsere Funktion aktuell noch nicht aufrufen. Das können wir aber ziemlich einfach machen. Wir gehen nämlich einfach hier oben hin, wo wir unseren Buchstaben ja definiert haben und sagen jetzt hier Clear Falling Char, übergeben den und setzen unseren Last Char zurück auf Null. Wenn ich das Ganze abspeichere und jetzt beginne zu tippen, dann fallen unsere Buchstaben, wie ihr seht, wunderbar runter und das Ganze verhält sich schon gar nicht schlecht. Was uns jetzt natürlich fehlt, ist unser kleiner Mülleimer, der das Ganze aufsammelt und das wird das nächste Kapitel. So, dann legen wir mal los mit unserem kleinen Mülleimer. Das erste, was wir hier brauchen, ist ein SVG, weil wir wollen das Ganze animieren und dafür brauchen wir ein SVG, wo ich einfach eine ID drauf gesetzt habe, sowie eine Klasse, um das Ganze gleich zu stylen. Außerdem brauchen wir unseren eigentlichen Eimer, das mache ich jetzt hier über den Pass und wir sehen, wir haben jetzt hier schon so einen schwarzen Eimer. Außerdem brauchen wir natürlich noch den Deckel dazu, das mache ich hier einfach über einen zweiten Pass. Das Ganze habe ich in Illustrator erstellt, aber jedes andere Vektorprogramm oder jedes Icon, was ihr irgendwo runterladen könnt, würde genauso gut funktionieren. Wenn ihr das getan habt, habt ihr hier einen kleinen Mülleimer mit einem Deckel und natürlich dem eigentlichen Mülleimer. In CSS können wir das Ganze jetzt anpassen, also sagen, okay, wir nehmen hier unseren Trash. In CSS können wir jetzt eine Klasse ansprechen, nämlich Trash und das erste, was ich mache, ich fülle das Ganze weiß, damit unser Weimer wirklich mal eine gute Farbe hat. Außerdem definiere ich die Weite und sage Position Absolute. In dem Moment haben wir hier unseren kleinen Mülleimer, der aktuell genau zentriert positioniert wird. Wir können aber auch jetzt hier unsere Ausgangsposition einfach abgreifen und haben jetzt, wenn ich hier unsere Position gesetzt habe und beginne zu tippen, unseren Mülleimer genau da, wo unser CSS-Skript, wo das Ganze runterfällt. Was wir jetzt machen können, ist das Ganze noch ein bisschen besser zu positionieren, nämlich mit Transform können wir über Transform Translate unseren Mülleimer jetzt versetzen. Damit fällt er nämlich genau dahin, wo später die Buchstaben runterfallen würden, wenn ich hier beginne zu tippen. In dem Moment haben wir unseren Buchstaben also definiert bzw. unseren Mülleimer definiert und können jetzt das Ganze mit Opacity 0 einfach mal ausblenden und hier einen Animationseffekt auf unsere Opacity legen. Und in dem Moment, wenn jetzt unser Mülleimer aufgeht, wollen wir das animieren. Deswegen habe ich die Klasse für unseren Deckel Trash Top genannt und hier definiere ich mir auch etwas drauf, wo ich aber alles animieren möchte und nicht nur unsere Opacity. In dem Moment, wenn unser Mülleimer jetzt funktionieren soll, also wenn ich jetzt tippe und das Ganze hier lösche und wieder hin tippe, dann wollen wir unseren Mülleimer animieren. Deswegen setzen wir dann auf unseren Mülleimer eine Klasse, nämlich Active. Diese Klasse müssen wir direkt an unseren Mülleimer beinen. Das machen wir in SCSS mit so einem Unzeichen. Wenn ihr das in reinem CSS macht, dann dürft ihr dieses Unzeichen hier nicht verwenden. Dann sage ich nämlich hier drin, okay, unser Mülleimer soll sichtbar werden und unser Trash soll animiert werden. Das heißt, unser Trash wollen wir hier unten ansprechen, unser Trash Top und sagen, okay, unsere Position ist Center Origin bzw. unsere Transform Origin ist Center Left. Das heißt, wir wollen diesen linken Punkt unseres Deckels animieren und nicht die Mitte. Wenn wir das getan haben, können wir unseren Zielpunkt animieren mit Transform und sagen hier, okay, wir wollen den ganzen auf der X- und Y-Achse so ein bisschen nach links kippen. Außerdem wollen wir das Ganze wirklich kippen mit Rotate und wir wollen mit Scale das Ganze auch noch ein bisschen kleiner machen. Wenn wir das jetzt getan haben und ich jetzt die Klasse Active nehme und beispielsweise unsere Klasse Active an unseren Trashbinder, dann sehen wir, unser Mülleimer hat jetzt einen geöffneten Deckel und wenn ich das entferne und speichere, dann ist er wieder weg. Was heißt jetzt, wir müssen noch unsere Active Animation in JavaScript definieren. Was wir nämlich jetzt machen müssen, ist, bevor unsere Clear Falling Animation stattfindet, wollen wir einmal eine Condition definieren, wenn wir nämlich mindestens ein Buchstaben haben und ein Last Char definiert haben, dann wollen wir unseren Trash animieren und zwar einfach über Trash.classless.active. Natürlich haben wir diesen Trash hier oben noch nicht. Das müssen wir uns ebenfalls definieren, indem wir einfach hier oben weiter mit Document Query Selector unsere Klasse.Trash abgreifen, die wir ja hier an unseren Input, also beziehungsweise an unseren SVG gehängt haben. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier beginne zu tippen, dann haben wir hier wunderbar unser Mülleimer und der ist jetzt zwar da, aber in dem Moment wird er noch nicht wirklich wieder entfernt. Das müssen wir natürlich auch noch machen und zwar ganz am Ende, wenn wir unseren Mülleimer wieder entfernt haben, also unsere Funktion zum Löschen unserer Diff Box, Clear Falling Chars, dann wollen wir hier einmal unseren Diff wieder entfernen, nämlich einfach Trash.remove und dann Active. Aber nur, wenn es keinen weiteren Buchstaben mehr gibt. Das Ganze speichere ich jetzt ab und wenn ich jetzt hier beginne zu tippen, dann fällt alles runter. Aber wenn ich das hier lösche, haben wir noch irgendwie ein kleines Problem. Das funktioniert nämlich noch nicht. Das Problem hier ist nämlich, dass wir nur unseren Last Jar setzen. In dem Moment, wenn unsere Maxlänge erreicht ist, vorher jedoch nicht. Was wir auch machen wollen, ist in dem Moment das Setzen, wenn wir unser Backspace runterdrücken, wollen wir auch unseren letzten Buchstaben hinzufügen. Das können wir sehr einfach. Wir brauchen eine zweite Animation, nämlich einen Listener auf unsere Animation, beziehungsweise auf unser Event Key Down. Ebenfalls auf unser Field. Hier drin sagen wir, okay, handelt es sich bei diesem Key um ein Backspace. Wenn das der Fall ist, dann bitte verhindert das Default Verhalten, also löscht nichts. Wenn ich das jetzt abspeiche und jetzt die Backspace-Taste drücke, passiert hier, dass ich ganz normal alles lösche. Also wenn ich hier animiere und dann hier beginne zu löschen, funktioniert alles ganz normal. Allerdings nicht komplett jedes Verhalten. Und das ist ganz wichtig, weil wir wollen jetzt hingehen und unseren Last Jar definieren. Das machen wir, indem wir auch hier unser Event Target Value abgreifen und entfernen hier einfach den letzten Buchstaben, beziehungsweise entfernen den nicht, sondern definieren den hier als Last Jar. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche und hier beginne zu löschen, dann fällt auch hier der Buchstabe runter, weil wir unseren Last Jar definiert haben, bevor wir unser Key Up Event triggern, wo wir dann die Animationen triggern. In dem Moment habt ihr ein wunderbares kleines Inputfeld gebaut, was wunderbar eure Nutzer beeindruckt. Mich würde es mal interessieren, ob ihr das Ganze wirklich einbauen würdet oder es einfach als lustige Spielerei behandelt. Ansonsten bis nächste Woche, bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.